ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder der game collector und es gibt mal wieder ein kleines wii u spiele update ich möchte euch einige wii spiele vorstellen jetzt muss ich mal gucken wie viele es genau sind drei vier fünf sechs sieben genau acht stück sind es an der anzahl geworden bzw im moment mal vier sieben stück sind es geworden verzeihung sieben stück sind es geworden hier sind die bestehenden wii spiele im regal die ich euch schon vorgestellt habe die was jetzt hier etwas weiter herausragend die möchte ich noch gerne fertig spielen bzw anfangen darunter natürlich auch solda und starfox natürlich aber um das soll es jetzt nicht gehen ich zeige euch jetzt sieben spiele die ich mir jetzt in den letzten monaten zu meiner wii u sammlung dazu gekauft habe plus es kommt noch mal was zum wii remote controller also viel spaß beim video so dann fangen wir mal mit den spielen an die ich über ebay gekauft habe natürlich auch ebay kleinanzeigen sieben stück sind es an der anzahl geworden fangen wir mal mit super mario 3d world mal an ich habe es persönlich noch nicht ausprobiert auf der wii u bin ich noch nicht dazu gekommen ich habe es zwar auch für die switch aber ich habe gedacht nee ich möchte es gerne für die wii u haben unbedingt muss auf jeden fall sein kommt auf jeden fall in die sammlung natürlich in einem top zustand spiel glaube ich selber hat es gerade so 10 euro gekostet das ist übrigens eines der nintendo select collection also das heißt es ist jetzt keine erstauflage macht aber nichts nehme ich auf jeden fall gerne mit auch wenn ich es für die switch habe mit der entsprechenden erweiterung von bowser aber egal gehört trotzdem in die wii u sammlung dann fahren wir mal an zu meiner rechten pokemon tecken ein richtig geiles spiel das habe ich übrigens schon getestet macht auf jeden fall richtig laune das ist einmal ein bisschen was anders da da kämpft du halt gegen die pokemon diese amipo karte und die kann man sogar einsetzen ohne dass man sie aus der verpackung herausnehmen muss das spiel hat übrigens auch acht euro gekostet also es ist tatsächlich möglich die karte einzusetzen ohne sie aus der verpackung herauszunehmen indem dass man einfach hier die karte auf das gamepad hält dann haben wir hier shadow mewtwo habe ich natürlich schon eingesetzt spiel ist natürlich auf der wii u schon drauf und hier haben wir noch so eine kurzanleitung die wir hier noch mit bei haben also gesagt wir haben wir diese warnhinweise wieder mit am start ja hier kurze anleitung wie das ganze funktioniert mit dem gamepad mit dem pro controller der wii u kann man das ganze natürlich auch spielen wie gesagt spiel war sehr günstig top zustand natürlich keine leid gebrauchsspuren macht auf jeden fall auch laune richtig geil und schön dass diese karte noch nicht ausgepackt worden ist so dann kommen wir zu zwei spielen die schon komplett neuwertig waren in der ovp und zwar niepfer speed most wanted hier tatsächlich in einer etwas anderen version das spiel 15 euro gekostet bei amazon und es ist sogar möglich hier mit dem beifahrer also man kann zu zweit spielen dass der beifahrer sozusagen dir hilft wenn die polizei dich verfolgt also es macht auf der wii u auf jeden fall schon mal wesentlich mehr spaß ist also nicht irgendwie plattform mäßig übers einfach eins zu übernommen worden sondern man hat es tatsächlich auf der wii u ein bisschen geändert natürlich haben wir auch wieder eine leichte kurzanleitung mit am start aber das sind eigentlich nur mehr bewahrenhinweise mehr ist es ehrlich gesagt auch nicht wie gesagt neu bei amazon gekauft für circa 15 euro nehme ich auf jeden fall gerne mit und natürlich call of duty black ops 2 hier in der pg-version leider nur in englisch aber hier eben war es sehr gut für die wii u umgesetzt ich habe schon die erste mission gespielt werde aber dann höchstwahrscheinlich dann auf der xbox series x werde ich es dann spielen weil da trotzdem die grafik ein bisschen besser ist aber es macht verdammt viel spaß ist insgesamt für die wii u glaube ich sind nur zwei call of duty veröffentlicht worden auf der wii schaut das schon wieder anders da aus da sind fast alle wii spiele also alle call of duty für die wii veröffentlicht worden ja hier eben war es mit pro controller spielbar es ist gott sei dank original ich habe schon mal bei amazon bestellt gehabt aber da war es wieder total hinterlistig verpackt und zwar man hat einfach gebrauchtes spiel genommen und hat es professionell verpackt hat man daran erkannt weil es keine originale wie hülle war hier in dem fall ist es ja nintendo sony result hülle und die wahrheit nicht original das hat man sofort erkannt ja und die disk hatte auch gebrauchsspuren deswegen ging es wieder zurück dann habe ich noch mal versucht beim händler zu bestellen diesmal hat es geklappt so jetzt kommen wir zu den drei letzten spielen und zwar splatoon ist jetzt der dritte teil herausgekommen macht auch viel laune muss ich sagen macht schon viel spaß und es hat nur ein 10er gekostet hier auch in einem einigermaßen guten zustand macht auf jeden fall richtig laune auch mit dem pro controller ist es leider nicht spielbar komischerweise ich habe es versucht ging irgendwie glaube ich nicht obwohl er hier angebildet also abgebildet ist ist aber glaube ich nur wenn man es zu zweit spielen möchte ihr könnt mich da gerne mal bestätigen irgendwie hat der pro controller bei mir nicht funktioniert also scheinbar wirklich bloß wenn man zu zweit spielt und hier natürlich auch wieder die ganzen zusatzinhalte beschreibungen haben wir ja hier bei den spiel nicht mehr mit dabei dann haben wir natürlich noch monster hunter ultimate ebenfalls für ein 10er mitgenommen auf über gern anzeigen ebenfalls richtig geiles spiel macht auf jeden fall auch laune und da ist es natürlich möglich mit pro controller zu spielen das ganze von capcom inszeniert worden wir haben natürlich auch die beschreibung dabei natürlich auch sehr wichtig wenn wir auch so eine kleine kurzanleitung hier zum gamepad dass man ungefähr weiß wie man damit umgeht mehr ist es nicht ist eigentlich nur eine karte ja und hier die ganzen waren hinweis heftchen sind heute hier auch mit bei so jetzt kommen zum letzten spiel natürlich darf auch ein weiteres sölder auf der wii nicht fehlen und zwar wie hier haben wir hier habe ich noch nicht ausprobiert ich habe es noch nicht gespielt muss ich erst noch aber wird es auf jeden fall demnächst dann schon mal folgen umsetzung für die switch hat es da glaube ich auch schon gegeben wenn ich jetzt alles täuscht ja um natürlich die vorgeschichte zu breath of the wild zu sehen ich bin natürlich sehr gespannt es kommt jetzt im september die nintendo direkt angeblich ja und auch wieder sind videos gemacht wurden wo angeblich solter kommen soll aber das ist wie alle jahre da kommt immer wieder der gleiche trotz da machen wieder leute großen wind drum machen videos darüber und sagen ja das und das spiel könnte vielleicht kommen das würde ich mir wünschen es ist alle jahre der gleiche mist dieser clickbait mist geht mir nur noch auf die nerven weil wir werden dann immer eines besseren belehrt es kommt heute nichts so hier haben wir natürlich auch wieder heftchen mit bei beschreibung vom gamepad und alles natürlich wird es mit dem gamepad wesentlich mehr spaß machen natürlich auch hier mit den remote controller und wenn man schon beim remote controller sind legen wir mal die spiele beiseite denn ich habe natürlich mir noch einen weiteren remote controller zugelegt ich muss mal hier schön platzieren damit ihr es schön sehen könnt die schönen view spiele und zwar es geht um den wie motion plus inside controller und zwar er hat hier schon den verbesserten remote sensor drin komme ich gleich zu was da der unterschied ist hier im sehr guten zustand auch so 15 euro der gekostet natürlich nämlich nur originale der hatte die besonderheit ich weiß nicht ob es eine ältere version ist aber ich glaube es ist dann die aktuellste und letzte neue version hier ist der synchronik knopf ist hier schon gar so hier an der batterie deckel abseite also seite hier so ausgestattet dass man einfach hier nur aufdrücken ist dann drückt er hier den roten knopf rein damit man das ganze dann auch sehr schön gleich mit der wii oder beziehungsweise mit der wii verbinden kann also das heißt ich brauche hier nur dazwischen drücken und dann funktioniert es bei den älteren es gibt da noch eine ältere version auch der wii motion plus inside controller wo dieses feature noch nicht mehr bei war das müsste wahrscheinlich dann die erste generation gewesen sein das hier ist wahrscheinlich die letzte generation aber wenn wir schon beim motion controller sind die passende tasche zu dem anderen controller denn es gibt ja noch den speziellen aufsatz und zwar das ist der alte hier mit dem sensor der wird hier dazwischen gesteckt und dafür passend die schutzhülle das ist jetzt der alte hier sieht man es zum beispiel auch wenn ich hier auf mache haben wir hier eben diesen synchronik knopf das ist heute für den neuen motion sensor gab nicht viele spiele die das unterstützt haben soll da zum beispiel hat unterstützt für eine bessere bewegungs intensivere steuerung das ist wie gesagt hier der aufsatz dafür der wird dazwischen gesteckt und hier kommt natürlich der nun schuppt natürlich dann dazwischen aber natürlich können wir das ganze auch entfernen dass das ganze dann wieder weg ist und das ist wie gesagt dieser zusatz sensor der hier herangesteckt wird dass das ganze dann auch funktioniert um natürlich sölder skybox zu spielen man kann das ganze aber auch ohne spiel es funktioniert auch aber was mich hier stört ihr seht dass hier diesen ganzen klavierlack mist das ist einfach scheiße minimale gebrauchsspuren aber ihr könnt sehen er ist in einem top zustand und ja ich habe jetzt ein paar remote controller mehr würde aber trotzdem den hier bevorzugen weil da braucht man das ganze gedöns nicht weiter hast du einfach das schon alles integriert und das ist halt eben der was zeitgleich zur wii herausgekommen ist damit das ganze ein bisschen schneller und moderner läuft wie gesagt es gibt nicht viele spiele die das ganze unterstützen ja ein schönes kleines wii spiele update sind einige spiele geworden ihr könnt es mal in die kommentare schreiben ich denke da sind kult spiele für euch dabei die spiele sammlung von der wii die ist ein bisschen überschaubar bei der wii schaut so ein bisschen anders aus weil da gibt es wesentlich mehr spiele also bei der wii ist es wirklich sehr überschaubar muss man echt sagen aber da gut vielleicht ist für euch auch was dabei schreibt es mal in die kommentare ob da für euch auch ein paar highlights dabei sind und natürlich auch zum remote controller passend für die wii natürlich ein paar wii spiele sind auch wieder in die sammlung gewandert aber die muss ich ja noch testen die möchte ich erst noch ausprobieren bevor ich dann die euch vorstelle und natürlich gibt es dann auch noch ein kleines super nintendo beziehungsweise nintendo 64 spieleupdate gibt es da auch wieder aber die möchte ich dann auch noch mal also die habe ich schon getestet aber da muss ich das video erst noch abdrehen aber wir haben ja genügend zeit weil es gibt jetzt dann dem exploit keine schönen tage mehr wenn er der herbst kommt da habe ich da wesentlich mehr zeit für die ganzen videos dann kann man sich das alles angucken gut der nächste satz im video durch ich hoffe es hat euch gefallen ein kleines wii u spieleupdate wie gesagt wenn es euch gefallen hat lasst gerne einen daumen hoch da ein abo und nicht vergessen die glocke zu aktivieren ja und wir hören und sehen uns zum nächsten video ciao